Hi Leute, was geht ab? Ich bin euer FreudeTV und ja, heute spielen wir wieder mal eine schöne Runde Fortnite. Ähm, ich muss kurz was gucken. Ähm, wir spielen nochmal eine Solo Runde. Ähm, Leon sollte eigentlich zwei kommen. Oh, zwei sind schon im Stream. Herzlich Willkommen im Stream. Ähm, schreib mal was im Chat. Ah, jetzt sind neu. Oh. 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 Oh, Leute. Ich hoffe mal. Oh. Oh. Ja. So, gehen wir mal nach Lazy Lake. So, gehen wir mal nach Lazy Lake. Oh, schweig. Ich sehe vor eine Waffe. Irgendwie vergete ich ab jetzt immer irgendwie... Nein! Nein! Oh, Junge. Ich habe nichts getan und der kriegt mich schon. Okay. Ich muss auch mal kurz die Grafik vom Stream runter tun. Tut mir leid. Ich werde mal kurz die Grafik vom Stream runter tun. Ich werde mal kurz die Grafik vom Stream runter tun. Vielen Dank. Das habe ich jetzt eingestellt. Starten wir mal. So. Mal gucken. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier in die Oma. Ich bin hier in die Oma. Mal gucken, wer da alles noch mitzulandert und mal gucken, ob ich es wieder verkauft habe. Oh, da ist ein Wacke, ne? Ja. Ich glaub immer hier so gerne, äh, hier so oben, weil hier ist dann direkt ne Truhe. Also passt immer. Aber ich find auch ein bisschen dicht, dass, ähm, da jetzt grad nur, ähm, ein Sturmgewehr rauskommt. Ach ne. So. Und mal. Aber wahrscheinlich wegen, ähm, der Quali-Streams. Und mal, ich mach das mal aus. Hehe, wenn hier jetzt jemand ist, warte. So. Das hat jetzt grad niemand gehört. Sie auch nicht, ne? Äh. 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 weg. Ach ne. Ja. Hm. Wahrscheinlich baut der da am Boden. im, 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 oder im Boden. Oder im Boden. Aber warum baut der im Boden? Versteh ich nicht. Ich fliege hoch. Ja. Haha. Es macht irgendwie dann immer so viel Spaß. Wenn man Langeweile hat. Wenn keine Gegner kommen. Ach, ein Tresor. Ach, kann ich mal sehen. Hey, mach doch mal schneller. Schneller. So. Jetzt. Hey, ich überleg, ob ich das Backbling, äh, das Backbling, ähm, da abtue von Raptor. Weil ich find, äh, ist ein bisschen dick. Und, äh, wichtige Infos, ähm, bald wird man sogar, ähm, Autos, die Autos tunen können. Ah. So. 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 Oh, mein Gott. Oh Gott, ich muss sie jetzt ganz dringend weg. Ich bin noch mal weg. Oh, no. Tschüssi. Oh, oh, oh. So. Mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, nee. Da ist jetzt jemand mit Fallschirm. Ich bin noch mal weg. Ja, schocken wir. Der will vor mir landen, ne? Weg hier. Weg hier. Einfach nur weg. Einfach nur weg. Weg hier. Wer ist da hinten? Ja. Ich bin noch mal in Lambo gleich zu explodieren. Ich verziehe mich dann mal, ne? Ich verziehe mich dann mal, ne? Ich komme. Ich habe eine Bestellung ausgegeben. Oh, no. Oh, no. Aber nicht sie. Ich mache sie. Ich mache sie jetzt als Kopfgeld. Haha. Da vorne ist mein Kopfgeld, ne? Oh, no. Oh, no. Der baut sich eine Base. Ne. Ich will doch kein Kopfgeld mehr. Ja. Ich bin noch mal weg, okay? Er hat ihn vollgepumpt. Oh, oh. Tschüssi. Okay, wir müssen weg. Why? Ich habe mich voll erschrocken. Schieß mal in die Luft, damit die wissen, dass ich hier bin. Und rum. Oh, ja. Hallo. Sie wollten eine Pizza. Habe ich das richtig verstanden? Oh, nee. Ich wollte keine. Sie wollten eine. Jetzt ist einfach mal herunter. Junge. Geht mal hier. Ich schieße einfach runter. Einfach nur schlecht. So. Jetzt kannst du das nicht. So, der schießt noch runter. Hä? Warum bekomme ich das Banner-Symbol jetzt? What? Oh, Junge. Oh, Moin, wir sind gerade im Smeben. Hi, Moin, Leute. Ja, es geht. Ja, ich kann jetzt auch nicht so lange mitmachen, weil ich bald zum Zahnarzt muss. Ja, du musst so eine Zahnspange? Weiß ich noch nicht. Wird mir der Zahnarzt gleich sagen, wenn ich da... Okay, wir machen dann auch Rüllen. Ich habe geplant, dass es mir noch nicht mehr so lange geht. Ja, wie lange spielst du schon? Zwei Runden. Ach so. Boah, der eine hat einfach nur runtergeschossen. Und Kai wäre immer noch nicht online gewesen. Aber der ist ja auch im Moment beim Training wahrscheinlich wieder unterwegs, wieder mit seinem Motocross. Hat der gestern noch gesagt, am Wochenende der erst Montag wieder Zeit. Und Montag und Dienstag, Schulferien, Leute. Beste. Morgen bekomme ich mein Halbjahreszeugnis. Ich auch. Ich muss um 13.45 Uhr hin. Okay. Also ich bin schon gespannt, wie man es heute ausgeht. Ich auch. Ich bekomme dann Geld. Also, ich habe wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, also ich denke mal, dass mir da wie Max auflade, vielleicht, ein bisschen, aber ich weiß es nicht. Das mal, Spielkanal. Ja, ich gehe automatisch. Hallo? Hallo? Hallo, bist du deutsch? Hallo, seid ihr beiden deutsch? Hallo? Ja, bist du deutsch? Ja. Weiß ich, dass wir gerade im Scream sind. Okay. Wir sind gerade nämlich live auf YouTube. Willst du den Scream dir mit angucken? Weiß nicht. Du musst dann auf FreundeTV und dann, ja. Auf Crazy Games. Nein. FreundeTV und dann, ähm, da, das Bild mit der Playstation, klickst du an. Und dann, ins zweitneueste Video. Und da habe ich kommentiert mit Crazy Games, weil, äh, FreundeTV ist mein alter YouTube-Kanal, da kann ich nämlich keine Streams machen. Okay. Ja, ne, wir wissen ja auch genau, welche Person schuld ist. Ich. Wer denn? Nein, ne, du bist nicht schuld. Wir können jemanden, sondern einen Nachbar von meinem Kleinko sagen, er ist schuldig. Der, der ihn nämlich gemeldet hat, weil mein Kleinko sagen, er sich im Unterhemd gezeigt hat, leider. Und wie heißt du? Äh, in echt, oder? Ja. Äh, David. Achso. Mein Name ist Leon. Mein Name ist Elio. Okay. Und wir haben schon richtig tolle acht Abonnenten. Ja, ach, da wollen wir einen kleinen YouTuber Deutschlands. Ja, aber könntest du abonnieren und hätten ne neun. Weil auf meinem Kanal, da haben wir, äh, meinen alten, da haben wir irgendwas mit 36. 38. 38. 38 wieder? Ja, und wir haben gestern auch noch einen kennengelernt, der TikTok-YouTuber alles macht, der sogar jetzt schon Werbung für uns macht. Wer? Ach ja, der. Ja. Leon, der ist in der Kanal von denen. Äh, weiß ich nicht. Also, von dem Typen, der uns, äh... Von einem heißt der Kanal, der ist mein Xbox. Da wieder. Der hat gesagt, von einem. Und einer von denen heißt Motocross Kai. Auf TikTok? Ja, auch. Äh, auf Bein. Also, da ist ein Kollege. Keine. TikTok und... Ja. Ja. Und Insta und alles. Ja. 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 dale... Ja. 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 also wenn ich hier funktioniert auch nicht so wirklich das dauert ein bisschen weil ich ihn erstmal nicht traf für das aber irgendwann ich kann dir dann mal sagen wenn ich mir auch mal wenn er uns helfen kann ich kann aber noch länger dauern fragt mich ja ja ich bin die andere also bist du ja nein ich bin hier neben dir oder also das lexer also holt den Oh, Ghost Lazy YouTube springt da einfach easy. Guck mal Leon, guck mal im Internet noch Ghost Lazy YouTube. Ghost Lazy. Ähm. Muss ich mal ja machen. Kann ich aber ich will mal irgendwie einholen. Schüsse von, äh, Ghost Lazy. Ah, der knallt mich schon ab, der Typ. Ja, ha, ha, ha. Er hat das Auto oder die Banana. Banana. Ähm. Guck mal auf Ghost Lazy. Ghost. Ja, wahrscheinlich hat das Auto an der Tankstelle eine Fahrtralle. Gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Sein Channel gibt's gar nicht. Ey, wir haben... vierte Kommentare. Warst du der vierte Kommentar? Wüsst du? Nö. Äh, Motocross Kai. Hi, Moderator. Ah, moin, Motocross Kai. Das geht's. Ja, und unser Moderator ist im Spring. Ah, sehr gut. Äh, kommst du on? Motocross Kai? Der ist aber im Moment eigentlich gar nicht da. Der macht aber im Moment Motocross wieder. Oder hat der Pause. Äh, moin. Äh, moin. Oh, moin. Why? Äh, äh, ich kann nicht. Kann nicht. Okay, ja, okay. Ja, das wäre beim Motocross Kai ist schon klar. Wow. Äh. Kannst du den Stream an 100 Leuten weiterleiten? Äh, kannst du den Stream an 100 Leuten weiterleiten? Also kurz. Ja. Auch der eine ist wieder down. Äh, der hat sich wieder umgebracht. Ja, ich wollte ihn. Da brauchst du ihn gar nicht holen. Das will uns nicht eh nicht. Der tützt sich dann eh wieder. Ist mega. Ja, ne, er hat was geschrieben. Ja, ich mach den Motocross. Ja, ich mach den Motocross. Okay. Er fährt Motocross. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wie heißt der denn auf YouTube nochmal? Ähm. Craze Games. Nein, du musst auf FreundeTV gehen. Ne, ich schätze. Ich gucke mal, ob man Craze Games jetzt so findet. Weil wir sind ja schon jetzt größer geworden. Craze Games. Da muss ich glaube ich etwas nach unten. Ne, findet man so nicht. Ne, aber da müsste sonst in den Kommentaren irgendwo so ein. Oder, ähm. Oder, ähm. Oder mach mal so, ähm. Mach mal. Ähm. Google mal. Ich überrasche Leute, dass sie im Stream sind. Ja, das machen viele YouTubers safe. Nachher tausende Leute. Weiß nicht, wer alle. Ich überrasche Leute, dass die im Stream sind. Und dann musst du auf das erste Video gehen mit dem Renegade Raider. Oder da drunter. Oder da drunter. Hast du das, hast du das Schwumpfsportface entdeckt? Warte. Äh, ich überrasch. Ich überrasche Leute, dass sie im Stream sind. Craze Games. Nein, nicht Craze Games. Einfach so. Ja, hier sind mehrere. Ja, ist, äh, ist das mit dem Schwumpfsport, äh, Gesicht? Äh, warte. Ja. Das ist weiter halt. Da drunter. Da ist irgendwo auf der Livestream. Ja, soll sie zumindest unser Stream gleich sein. Ne, ich dir halt nur das Video. Ja, klick da mal drauf und dann geh auf den Weltgeld. und dann sollte es mir so ein Livestream erscheinen. Ja, hab, hab, hab. Okay, kommst du rein? Ich bin so dran. Warte, ich schreib mal. Kannst du dann auch vielleicht abonnieren oder willst du Moderator? Ist mir egal. Also kannst du abonnieren? Ja. Okay, Ehremann. Willst du auch Moderator? Nee. Okay. Das Du... Ey, das Stream ist irgendwie, ähm, so nachlässig. Also immer nachher. Ja, das ist normal. Okay. Ja, das ist normal. Ihr seid ein bisschen mit Verzögerung. Ihr seid ein bisschen mit Verzögerung. Ja. Das ist normal. Bei allen YouTubern. Wo seid ihr denn? In der Wüste? Ja. Ja, was sollt ihr? Ich muss aufgehen, Leute. Hm? Ich komme später, Björn, ne? Mit ner Tanzspanne? Wahrscheinlich. Dann tschau. Ja. Bist du immer noch im Spielen? Ich oder was? Ja. Ja. Ah. Ähm. Oh ja. Neun Abonnenten. Ehrenmann. Das sind die Zona. Oha, drei Leute sind schon. Ich mache wieder ein Video über dich. Ich pushe dich weiter. Okay. Ehrenmann. Nicht wundern, wenn der Spree ein bisschen laggt. Leute. Das hat ein Gegner. Oh no. Ich geh pushen. Einer down. Down. Hast du, äh, AK Munifius? Ich warte. Ich werde ihn von der Seite abgemacht. Ich verhör ihn. Dann wissen wir dann genau, wo seine Freunde sind. Oh ja. Der hat da ein paar Munif. Hopp. Okay. Da hinten auch noch. Das sind die Zona. Okay. Bei mir? Hier warte. Da hinten aber auch noch. Brauch Hilfe? Oh? Oh, Brauch Hilfe! Oh, du bist so großartig. Oh, du bist so großartig. Hast du? Ja. Ah, schade. Okay, dann schau, schau. Schau. Warte, ich hätte dich noch. Okay. Du kannst mich nicht ändern. Ich hätte dich. Wie heißt du? Okay. Äh, die Mare. Was? Der D-Marek. D-Marek. D-Marek? Okay. Ja, der antwortet. Okay, Leute. Dann gucken wir mal nach D-Marek. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Es ist. Ich schreibe es richtig. Hier. Ich schreibe es mal. Ja. Die sind mit diesen Beirat. Die sind mit den Beirat. Okay, elf. Einer hat geschrieben. D-Marek. Ach, Unterstrich in B. Okay. Mama. Ach, E-Marek. Unterstrich. Okay. Auf Playstation, ne? Äh. Äh. Ach, mit E. Ja, da. Ich glaub, äh, ich kann dich nur einladen, wenn wir auch auf Playstation befreundet sind. Schick dir mal ne Freundschaftsanfrage. Normal. Okay. Äh, nimmst du an? Nimmst du an, oder? Oder? Okay, äh, ich bin dann schon mal weiter. So, mal gucken, wen wir jetzt treffen. Ich tu mal das Rucksack runter. Den Rucksack. Der hat irgendwie genervt. Der Rucksack. Mein Controller immer. Oh, da mit R war das. Ich guck gleich noch mal. Oh. Hallöchen. Ist das deutsch? Ja, ich bin deutscher. Okay, weißt du, dass du gerade im Livestream bist? Ne, weiß ich gerade nicht. Ah, okay, dann schau. Willst du dir den Livestream angucken, oder? Wie viele Zuschauer? Ähm, gerade null. Ja, alles gut. Ich bin halt ganz klein. Hallo? Ja, ja, alles gut. Ja, bist du auch deutsch? Ja, ich bin auch deutsch. Diese andere auch, die sagt, dass mein Kumpel diese andere, aber der redet nicht. Okay, ich habe euch ein FA geschickt, beiden. Okay. Oder ich nehme eine Freundschaft und frage mich an. Ich schicke den nachher an der FA. Okay. Äh, willst du den Stream gucken, oder nicht? Nein, mein Internet geht da nicht. Hä, wo bleibt der denn, mein Kumpel? Ja, müsste eigentlich Spielschiff sein. Ich rück's den kurz an, den Knecht. Äh, drei. Hat er ein Kumpels oder so? Ah, nein. Nein, nicht den Mutterslang. Ah! Das war's ja mal komplett. Please, not. Please, please. Please, please, not. Please, please. Ah. Willst du dir den Stream auch angucken, oder nicht? Der andere. Warum hast du mich nicht geädelt? Ich hab dich geädelt. Hier, warte mal. Ähm. Okay. Kurz warten. Ich hab dich wohl geädelt. Mann, na. Hier. Hier. Da. Ich kann dich als Freund. Aber ich hab dich schon. Kannst du mich hier auch retten? Komm. Ähm. Bist du der, der Braio? Ja. Ich hab dich in die Loggie ein. Ja, ich wollt jetzt, äh, nach anderen noch gucken. Ich lag dich dann in die Loggie ein. Nein, nein, nein. Ich wollt, äh, weiter gucken nach anderen. Verschüsse? Noch mehr Leute überraschen. Gott, nein. Wir können zwei, drei, drei. Äh. Warte, man fickt gerade auf. Ich hatte Push-Tut-Hype. Ich hatte Push-Tut-Hype. Ich hatte Push-Tut-Hype. Tut-Hype. Ha! Von Braio. Oh, Leute. Ich will eigentlich weitergucken. Leute, der hat einfach aber gesagt, ich konnte, äh, nicht annehmen. Hä? Aber jetzt geht's wohl, ne? Jetzt hast du mich angenommen. Ja. Die machen, ähm, weh. Ey, Leute, der hat einfach gesagt, ähm, es geht nicht, ähm, quasi, ähm, Dingens, ähm, hier, sein Internet geht nicht, aber dann könnte er ja keinen Fortnite spielen. Ach, egal. Wahrscheinlich hat er ja gerade keinen Bock zu googeln. Ich kann dich auch über TikTok unterstützen. und habe 120 Follower. Ja, mach mal, bitte. Ähm, aber dann musst du sagen, ähm, dass, ähm, ihr eingeben müsst, dass sie dann eingeben müssen, ähm, ich überrasche, äh, Leute im Stream, weil dann kommt da nur mein Kanal. und du musst dann auch mit dem Schwumpf-Bopp-Gesicht. Hallo. Hallo. Deine Melodie ist da. Hallo. 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 Hallo, kannst du Deutsch? Ja, ich kann Deutsch. Oha. Oh mein Gott, Hilfe, wir haben sie gefunden. Ey, Shadi, Shadi. Bist du heftig? Wisst ihr, dass ihr im Spiel seid? Wen habt ihr gefunden? Wen habt ihr gefunden? Hey, wen habt ihr gefunden? Dich. Mich? Ja, dich. Echt? Oha. Guckt ihr mein Stream? Was für ein Stream? Der mein Stream. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr habt mich gefunden. Aber... Nein, wir haben dich nicht... Nein, wie heißt der? Worauf streamst du? YouTube, oder was? Ja, ich stream, äh, YouTube. Okay, du putzt den rein? Okay, gut. Äh, weil ich red grad mit meinem Chat und so. Äh, wollt ihr wissen, ähm, ähm, wo ihr den Stream findet? Ja, ja, sag mal. Ähm, ihr müsst... Ich überrasche Leute, dass sie im Stream sind, ähm, bei YouTube eigentlich, geben, weil sonst findet ihr mein Kanal nicht. Und dann, äh, guckt ihr etwas weiter runter und da steht dann live und da drückt ihr drauf. Oder dann, äh, geht ihr einfach auf, ähm, ein Video von mir. Bist du? Ja? Bist du krassgames? Ja, das bin ich. Also englisch gesagt, ja. Great Games. Malon? Malon? Ihr habt einen deutschen Malen gefunden und nur noch ein Streamer. Wie viele Abonnenten hat er? Ich hab neun. Oha. Oha. Mehr als ich. Wer hätte ich? Könntet ihr mich vielleicht abonnieren? Oder? Ja, mach ich gleich mal und du schickst bestimmt gleich link, oder? Willst du Moderator werden? Soll ich ein Moderator werden? Ja. Okay. Dann müsst ihr gleich im Chat reinschreiben. Ja. Mach ich sofort. Äh, ich zock. Ich mach nur eben die Runde zu Ende. Äh, Freio, ich komm gleich in die Lobby. Danke. Ey, Bro, du bist so, äh, du bist so, Fame, kannst du mich adden, damit ich so coole Freunde habe? Ja, bist du der, dieser, äh, Sinnoh? Nee, nee. Äh, kannst du PM, äh, ich bin PMK. Okay, Freundin zufügen. Ihr habt abonnieren, abonnieren, erst, crack. Ähm, nimmst keine Freunde von Fragen an. Hi. Äh, bist du Clickbait-TV? Nein, 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 Clickbait-TV ist einfach, guck mal, Clickbait-TV ist einfach nicht cool. Clickbait-TV kannst du einfach wegbauen. Ja, ob du mitspielen kannst, äh, ja, Clickbait-TV, aber dafür musstest du erst abonnieren. Bitte. Du kannst also mitspielen, aber bitte abonnieren. Elias, du darfst mitspielen, aber du musst erst abonnieren. Moin, äh, sinnlos-TV, z-sinnlos. Jo! Hat er abonniert? Ja! Bitte helfen Sie mir. Elf, elf Abonetten, danke. Bist du nicht... Ey, Jungs, 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 bitte euch hier. Moin, meister, moin. Äh, wer jetzt, äh, Moderator werden will, schreibt im Chat ja. Und bitte auch abonnieren. Wäre auf jeden Fall korrekt. Warte, ich esse dich mal eben als Freund. Woin, glaube ich, hein. Woin, glaube ich, hein. Ich habe abonniert und doch abzuliert. Okay, ja, danke. Äh, willst du Moderator werden? Marlon? Willst du Moderator werden, äh, Moin, Meister? Ich, warte, 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 ich mach auch. Ich mach auch. Ja, er will Moderator, äh... Ja, er will Moderator, äh... Ähm... Sag ich gerade, ey, ist das okay für mich, wenn ich... Leute, ähm, sag du auch? Okay. Da, danach, äh, bitte kein Moderator mehr, weil, äh, ich brauche auch, ähm, Zuschauer. Versteht ihr? Richtige. Ja, ja, alles gut, alles gut. Okay. Ja, ClickBaitv, du bist... Okay. Ey, 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 bro, ich hab dir eine Playstation, äh, Anfrage geschickt, kannst du dir annehmen? Äh, Playstation-Anfrage? Ja, mach ich, äh, ähm, ja, mach ich, äh, ja, mach ich, äh, noch. Ja, dann könnten wir ein bisschen, äh, ja, mach ich jetzt, hm? Ja, können wir. Okay, ich, ich schick dir eine Einladung, okay? Okay. Ich, ich schick dir eine Einladung, äh, kriegst du bei? Ja. Oder wollen wir diese Runde noch eher zu Ende spielen? Äh, ja, aber ich bin ganz raus, weil niemand hat meine Karte, so, weißt du? Äh, bist du der Z sinnlos, oder wer? Nein, ich bin, äh, PK. Also, PMK. Wer ist eigentlich der Z sinnlos? Das ist Marlon, ein Volk für mich. Und wer war, wer war dieser ClickBaitv? Das ist auch ein Volk für mich. Ach, okay. Okay, warte, ich schicke dir jetzt eine Einladung, okay? Ja, okay, ich schicke dir einfach eine Gutmeinnahme. Ja, okay. Hm, hab ich. Okay, bist du beigetreten? Ja. Ja, okay, dann lass zurückzulocken. Ja. Please, mod. Ja, okay, moin Meister, mach ich noch zum Mod. Und das war's dann. Ich hab dich jetzt abonniert, ne? Okay, danke. Äh, ich habe ein Video auf TikTok gemacht über dich. Okay, Ehre. So, hi. Nelio? Ja? Hörst du mich? Ja, ich hör dich. Ah, nice. Woher weiß man den Namen? Nelio. Äh, das steht in deinem Namen. Ach ja. Ganz vergessen. Ja, äh, Marlon, gibst du mir Krone? Moin Meister. Marlon, gibst du mir Krone? Ähm, Leute, wir müssen, ähm, ähm, hier lebt mich einer ein und ich hab denen gesagt, ähm, ja, ich wollt, äh, ich komm noch mit denen in der Lobby. Kannst du dir angucken? Ja. Ja, ich guck an. Ähm, ich hab denen gesagt, dass ich, ähm, dass er in meiner Lobby kommt und dass wir dann noch zusammenspielen. Also, irgendjemand muss jetzt gekriegt werden. Äh, können wir nicht theoretisch ein überfüllte Lobby machen, also mit diesen... Ja, ja, könnten wir. Dann krägte wir einfach. Komm, die einfach einladen. Warte, ich muss ihn kurz hin. Ja, ich lade ihn ein. Da. Ich gucke ein. Marlon, gibst du mir Krone? Gib mir Mod. Der Schlingel-Highlight ist auch ein Freund von mir. Das sind alles meine Freunde. Echt? Könnt ihr abonnieren? Dann gib ich euch... Äh, dieser Tischglüble oder so. Highlight. Der Schlingel. Kannst du bitte abonnieren? Kannst du bitte abonnieren? Ja, ja, ich regle, ich regle da schon, der wird abonnieren. Moderator, also. Ja, du bist jetzt... Wie findet ihr mein Profilbild? Wie findet ihr mein Profilbild? Äh, ich... Dein Profilbild? Bei mir sehe ich noch das M. Bei mir sehe ich noch das M von meinen Meister. Ja, das muss... Wann mal, ich aktualisiere mal den Chat. Ey, bin ich jetzt eigentlich Mod? Marlon. Ich habe abonniert und die Glocke, ähm... Die Glocke aktiv. Jetzt gib mir Mod. Du bist schon Mod. Auf jeden Fall Ehre. Marlon, kannst du mit Tränen gehen? Oh, warte. Ah, er hat sein Profilbild gar nicht reingemacht. Hä, hä. Krieg ich auch ein Wort. Okay, komm, hast Tätig, spielen alle. Ähm, Z-10 los. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen, äh... Zu viel. Verstehst du? Wie bitte? Melio? Das, äh, ist jetzt ein bisschen, äh, zu viel, dass du Mod auch bekommst. Verstehst du? Nee. Echt? Ah, ich brauche Hilfe. Alles gut. Alles gut. Was, Julius? Nein, der ist ein Melio. Heißt du Emilio? Nee, Melio. Nein, er ist Emilio. Random, random Squad. Mit Pepe. Ey, ich hätte nie gedacht, dass ich an so einem Tag so viele Abonnenten zusammen bekomme. Wie viele Abonnenten hast du denn genau? 13, ne? Ja, 13. Und ich hatte heute noch 7, wo ich den Stream angekommen habe. Oha, oha, oha. Ja, deswegen mache ich auch diese, äh, Teams auffüllen. Ey. Junge, das ist, das ist eine gute Taktik, muss ich so sagen. Na. Äh, können wir jetzt Creative spielen? Nee, ich will mal 1 bis 1 gehen. Ey, wie 1 bist du denn, wenn ich fragen darf? Ja, kannst du meinen, ähm, ähm, ich bin 27. Bis 27? Mhm. Ich, ich erzähl dir das noch, wenn das Film off ist. Okay, ja, alles gut. Mal, ähm, ich mach kurz, äh, Stimme aus. Ja. Ähm, kann ich auch den anderen Moderatoren erzählen, wenn die mit mir spielen? Ja, ja. Ähm. Ähm. Ja, aber nur oben auf dem PC. Ähm, ja, ich mach das gleich, äh, Moin Meister, äh, das, äh, Profil, ähm, da sehe ich immer noch nennen. Okay, dann schauen wir, ich bin gleich wieder da. Ja, alter, alter Reveal. Ja, alter, 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 alter Alterat takeaway от manageriala4quad ole hin. Do we do bin fewer! Để coaktifikiまで. Do we do bin fewer! Stopp групп. Ja, alter, ähnidaπεör. Vielen Dank. Vielen Dank. Leute, er hat mir jetzt einen Code für WeBugs gegeben. Er hat gesagt, das funktioniert wirklich. Ja, ja, ja. Ich probiere es mal aus. Er probiert es aus, sagt er. Ist es dann mit Telefonnummer? Eingeben? Ja. Ja, ja. Ist ich dein Ernst, ne? Ich glaube, ja. Also guck am besten im Stream direkt an, wenn das geht. Ja, warte, da bezahlt man noch dann. Was? Da bezahlt man noch dann. Äh, PMK, hast du das ausprobiert? Ich? Ja. Äh, nee, noch nicht. Nee, nee. Aber ich habe auch genug WeBugs. Mach du mal erst, bevor ich mache. Ich habe genug WeBugs. Hey, wer löscht dann die Nachrichten von, äh, Moin Meister? Wer löscht die Nachrichten von Moin Meister? Wie ehrenlos. Ach, der, der, der zieht die zurück. Der zieht die nur zurück. Ah, er zieht die zurück. Okay. Ja, dann ist natürlich kein Problem, ne? Äh, ich komme gleich wieder. Ja, bis gleich. 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 Ja. Ja, bis gleich. 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 Ja. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Hallo, bist du wieder da? Nice, nice, nice. Meinst du, PMK? Ja, PMK musst weg. Was? Nicht aus gut, PMK musste weg. Ja, das war mein Meister. Alles gut. Copyright? Ja, aber der Link ist kein Copyright. Ja, natürlich, Paul. Das ist schon der PS4. Alles gut. Ey, kannst du mich als Freund ändern? Weil ich kann irgendwie nicht. Geil. Perfekt. Nice. Ja, gerne. Ey, ey, Elias, bist du da? Elias? Okay, nee. Äh, klick. Ey, ähm, anscheinend, also mein Meister sagt mir gerade, dass man nur mich im Stream hört. Oh, ich hatte vergessen, Mikrofon anzumachen. Oh, kürzlich. Hello, guys. Was geht ab? Man hört mich jetzt, ne? So. Was? Man hört mich jetzt, ne? Ja, ja, man hört dich. So. Paul, willst du auch noch? Willst du auch noch reinkommen, Paul? Hey, das dann, äh, das dann, äh, Grace Games sagt. Was? Das dann Grace Games sagt, wenn, äh, viele Leute reinkommen. Okay, ja, ja, können wir machen. Hast du einen Crane-Account oder wie willst du das dann machen? Wie, was ist, ähm, Moin-Weister mit Raketen? Mit Raketen. Moin-Weister sagt, er kommt. Okay. Nur mal so ein Freund von mir, also Clickbait-TV, der hat einen Crane-Code. Da könntest du Custom-Games machen. Äh, wie geht das denn mit dem Crane-Code? Ja, Elias? Ja. Er, Clickbait-TV ist jetzt da. Wie geht das denn mit dem Crane-Code? Hat er einen eigenen, äh, YouTube-Kanal? Ja, ne, TikTok. Ah. Ähm, kann er reden in Fortnite? Äh, Elias, mal. Elias, du musst in-gamen eben. Moin. Tag. Moin, wie hast du, wie hast du das mit Crane-Code gemacht? Was ist? Wie du das mit Crane-Code gemacht hast. TikTok. Habe ich hier bei 1000 Follower. Bekommt man dann, äh, einen eigenen Crane-Code? Mach ich. Dann kannst du den beantragen. Du musst den beantragen, den Crane-Code. Oh. Äh, geht das mit Paypal? Ja. Oh. Das geht mit Paypal. Ich guck mal kurz. Ach. Auf jetzt bewerben. Warum bin ich kein Mod mehr? Warum bin ich kein Mod-Aktor mehr? Ich war doch Mod. Ach doch, ich bin ja Mod. Äh, auf jetzt bewerben. Also ja, ich hab 1000 Follower auf TikTok. Auf jetzt bewerben. Hast du 1000 Follower auf TikTok? Du hast erstmal 1000 Follower irgendwo drauf. Ab 1000 Abos geht, Crane-Code. Ach, erst ab 1000? Ja. Ja. Habe ich doch gerade gesagt. Ich hab nicht, dass ich 1000 hab. Geh nicht. Du musst es ja auch irgendwie, du musst es ja auch irgendwie bestätigen. Du musst den, so ein Konto, du musst, du kriegst so ein, so ein Code zugeschickt und den musst du in deinem Profil machen und dann gucken die bei dem Profil nach, was du gesagt hast. Ob da der Code drinne steht. Könntest du für mich einen machen? Nein, weil die haben über meinen Account ja schon einen, äh, gehabt. Aber du kannst mit mir spielen, wenn du Custom Games machen willst und dann mach ich die für dich. Okay. Für, äh, für die Nachrichten, mein Meister. Ey, gefühlt sind hier jetzt nur noch Mods. Ja. Aber irgendwann, wenn du dann viele Zuschauer hast, weißt du, dann brauchst du die auch. Na. Ist halt, ich, äh, bereite halt schon mal die Mods vor. Ja, ja. Ähm, was? Ist, äh, was ist klug? Was soll ich eigentlich mal werden? Mit Trümer werden? Äh, ja, genau das. Naja, nice, nice. Äh, mach mal, ähm, Creatives. Ich guck mal, ich guck mal, was angekommen ist. Ja. Mach mal, Creatives. Guck mal, Mano, was angekommen ist. Ja. Das Ding, das kommt jetzt unter meinen Tisch und da kommt dann meine Kabel rein. Ja, warte. Ey, äh, ich komm, ich, äh, moin Meister rein, ne? Ja. Ja, moin Meise, kommt jetzt auch vorbei. Ich muss dafür ja gleich erstmal in meinen Tisch rein bohren. Oh, okay. Wer ist der Mensch? Moin. Das ist moin Meister. Hi, moin Meise. Okay, wir machen dann, äh, Creatives Games derhaft, okay? Incredible? Ja. Ja, okay. Warst du bereit? Okay. Wie alt bist du? So. Ähm, 27. Ne, sie sagt mal richtig. Hä? Dann mach dein Stream aus. Äh. Ilja, ich kann. Welche Klasse gehst du? In welche Klasse gehst du? Ja, das schickst du dann ja wo selber. Äh? Nein, nein, in welche? Ich bin nicht während der Schule, ich bin 27. In welche Klasse gehst du denn? Ja, ist so. Ich bin noch 27. Er geht auf, auf ne Berufsschule. Ach, auf ne Berufsschule? Okay, wollen wir eben der Lobby machen? Äh, ja, ich hab da eine, ich hab da eine. Äh, Leute, äh, tut mir leid, die Kamera und Mikrofon sind leider abgekackt. Die Kamera? Hast du eine Kamera? Machst du das eine Kamera? Nein, nein, ähm, Dings, äh. Hä? Aber Kamera. Das man da sieht, was hier ist gerade abgekackt. Ähm. Ach so, ja. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich, ja. Ah, mein Ohr, mein Ohr. Da. Ah. Bruno. Ey, warst du eigentlich nochmal die Push-to-Talk, äh, Dings? Da, äh, kannst du einstellen. Ähm, beim Controller oder bei Tastatur. Wenn du da eine Tastatur brust. Hallo, hörst du mich? Ja. Ich hör dich. Hör dich. Hallo? Ja, ich hör dich. Push-to-Talk ist bei mir T. Ja, ich wusste gerade nicht, welche Tast das war. Ich geh mal kurz gucken. Okay. Worunter steht das? Worunter steht das Kommunikation? Push-to-Talk. Sorry, sorry. Hä? Ich bin zum Beobachten. Gewechselt. Hört man mich? Hört man mich? Ich beobachte. Ich beobachte. Ich beobachte. Ich beobachte. Ich spiel nochmal neu starten. Wer kann das Spiel... Hallo? Hat man nicht mich gehört? Doch. Man hat mich gehört. Man hat mich gehört. Ey, könntest du, könntest du gleich eventuell Discord kommen? Ja, ich, äh, bin auf PS4. Quaste Games sagt, schön bleiben. Quaste Games sagt, nur Quaste Games darf die Waffen haben. Quaste Games sagt, stehen bleiben. Quaste Games sagt, keine Waffen. Und ohne Hauen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Hä? Ich hab nichts gemacht. Das ist ja jetzt witzig. Nichts reden. Hä? Ich hab gewonnen. Hä? Was hast du getan? Ich hab auch gewonnen. Was hast du getan? Ich hab auch nichts gemacht. Okay. Quaste Games sagt, stehen bleiben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Stehen bleiben. Sind wir dabei reden noch? Dürfen wir noch reden, während wir stehen? Nein. Quaste Games sagt, nein. Quaste Games sagt, nicht schlagen. Quaste Games sagt, nicht... Ähm, wenn ihr mich verstanden habt. Ähm, wenn ihr mich verstanden habt. Also so hoch und runter. Quaste Games sagt, kommt. Quaste Games sagt, nicht hauen. Quaste Games sagt, kommt mit hoch. Quaste Games sagt, schön bleiben. Wer jetzt nicht um ist, ist es tot. Okay. Quaste Games sagt, äh... YouTube-Klick-Page stelle ich hier hin. Duft euch. Quaste Games sagt, äh... Baum-Mensch, stelle ich hier hin. Quaste Games sagt, x-in-los, stelle ich hier hin. Wo ich bin. Okay. Duft euch. Quaste Games sagt, stelle ich hier hin. Ähm, x-in-los. Quaste Games sagt, go. Geht da rein. Happy go. So. Quaste Games sagt, x-in-los hat gewonnen. Ah, das ist ja dann tut er mich. Geil. Jungen. Ehre genommen. Das war ja langweilig. Das war ja eine 50-50-Schau. Es war normal, eine Runde. Ich mache dein Abo weg. Ich abonniere dich nicht mehr. Bitte nicht. Please. Please not. Nicht Abo weg tun, okay? Alles gut, alles gut. Er macht das nicht. Ach, schuldig. Okay. Hä? Drei Spieler wechseln zu beobachten? Quaste Games sagt, stehen bleiben. Quaste Games sagt, stehen bleiben, go Mensch. Oder wie du heißt. Hey! Stehen bleiben. Ich werde dich gleich töten. Quaste Games sagt, stehen bleiben. TV-Kickbait. Oder YouTube-Kickbait. Quaste Games sagt, nicht wegrennen. Ey, was soll das? Quaste Games sagt, ähm... Z-Sinnlos töte YouTube-Kickbait. TV-Kickbait-Töte X-Sinnlos mit der Waffe. Quaste Games sagt, nicht wegrennen. Hey! Hey! Der ist z-Sinnlos, ne? Der darf wieder reden, ja? Oh, nice. X-Sinnlos am Start. X-Sinnlos hier. Töte Z-Sinnlos. Quaste Games sagt, töte Z-Sinnlos. YouTube-Kickbait. E-Sinnlos. E-Sinnlos. Leute haben wir bitte so was nicht mehr machen. Please, okay. Ja, ja, ich mach das nicht. Ich hab noch nicht gemacht. Die ist die Oberstufe? Fast Games sagt, schlimm deinem. Hey! Och, ne. Ich steh still. Och, ne, Hilfe! Fast Games sagt, schweben bleiben. Oder ich erschiefe dich. Oh! сы,czę! Weil ich will mein liebliches YouTuber mitsmachen, stopp. Fast Games sagt, sie hat gerade die Runde gewonnen. Z-Sinnlos, ne? Fast Games sagt,ạt z-Sinnlos. X-Sinnlos. Fast Games sagt, schönbleiben. Äh... ...youtube-Klickbait. Schleller. Fast Games sagt, du darfst aufs erste Lama öffnen, weil du hast die erste runde gewonnen aber wieder es gibt sagt kommt alle her auch baum mensch kreisgames sagt stelle ich nehme ihn weißgames sagt hau z sinnlos einmal mit der spitze axt das war zweimal jedes war noch einmal alles gut stellt euch auf irgendeinen lama durch kreisgames sagt z sinnlos du darfst das zweite lama öffnen kreisgames sagt töte nicht die die zwei chucks drin weiß ich kenne die map nicht weil ich glaube in allen sind nur chucks drin kreisgames sagt lauf mir hat langsam hinterher in einer reihe placegames sagt youtube clickbait tut da youtube glit ist gar nicht da verteidigt in einer reihe auf dir 搜ni stelle ich auf den grill oder setze noch stelle ich auf den grill auf dem grill weil es gesagt warum mensch kommt her tut mir leid tut mir leid vor johnnessy oder ben queskin sagt baumensch so als ob du mz sinnlos grad brett und sagt lecker z sinnlos zum essen heute abend lecker zu essen heute abend wenn geld sagt kommt mit durch dem sagt das war ein unentschieden und entschieden hat mich kaum deswegen muss ich nicht töten weisgen sagt z sinnlos öffnet das dritte lama ihr müsst euch auch mal bemühen da kreis games warum ist das recht schock persönlich kreis games sagt fütteln wir haben nur noch zwölf abos warum hat jemand abonniert kreis games sagt warum mensch hast du abonniert nein ich weiß dass clickbait tv die abonniert hat warum also nicht seite dann immer jeden tag im stream kreis games sagt stellt euch hier bei mir auf ich will auch mitspielen wer bist du bist du clickbait ich äh clickbait wurde umgebracht äh kreis games aktiv krieg bei der karlow clickbait lebt nicht mehr klickbait bist du da warum ist er nicht ist er nicht nein ob er äh afkar ist oder hat er uns auch gesagt hallo wer redet hier so doof hörst du mich ich z sinnlos ach x sinnlos ja x sinnlos ne y es ist y sinnlos es ist y sinnlos es ist y sinnlos es ist y sinnlos wirklich töte baumensch ja wirklich y sinnlos es ist wirklich y sinnlos ok z sinnlos und baumensch es ist y sinnlos das ist joda z sinnlos warum hast du mich äh deabonniert hab ich gar nicht doch ich finde dein content scheiße ah aber ok kreis games sagt kreis games sagt z sinnlos und baumensch ähm tut eure witsch ähm sagt alle ähm herzlich willkommen bei mh 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 ähm oder kreis games sagt z sinnlos und baumensch ähm macht eure witzigsten stimmen jetzt ja hallo ich bin ja hallo ich bin ich bin ey fick dich lass meine stimme in ruhe leute leute wir sind im live na ja und baumensch du bist jetzt dran was du bist dran wie heißt du kreis games 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 sagt kommt mit kreis games sagt wer hat letztes hier drauf ist er hat verloren kreis games sagt kommt mit baumensch kreis games sagt die abonniert kreis games weil er ist kacke er macht schlechten content abonniert klick bei tv der ist viel besser kreis games sagt kann jemand kreis games kreis games sagt baumensch du weißt doch was da oben ist ne soll ich dir sagen ich bin sagt geh rein kreis 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 nein das ist dann war das dann wahrscheinlich ein bug also das ist das baum oder meine anzeige ist kaputt aber auf jeden fall ich habe ihn geschickt hat die runde gewonnen sagt z sinnlos ist jetzt der bestimmer okay also z sinnlos sagt die welt stehen warum hast du ihn umgebracht rede also ein video das wäre was hat er gesagt was hat er gesagt er macht schlechten content das allein in der lobby oder oder du bist ja jetzt ich bin bestimmer war das kann ich einmal solcher mal der schlingel einladen ja hey hey ja das ist was ist also der schlingel kommt jetzt auch und später mit krieg ich mache dann clickbait machen es nicht mehr zum moderator was mache ich nicht lassen mal nicht mehr zum moderator ja ist okay kann verstehen okay kein moderator mein meister mein meister nutzer auf diesem kanal ausblenden okay so perfekt ich habe die waffen was ich habe die waffen motor kurskai hast du schon abonniere motor kurskai der hat abonniert ganz klar so hallo so ich muss immer etwas überprüfen und zwar wurde hier gesagt dass jemand neun ist wie alt bist du denn okay dann müssen wir mal eine altersüberprüfung machen schick mir bitte ein bild von deinem ausweis okay gut ich habe dir eine frage gestellt ich habe dir eine frage gestellt du wendest jetzt sofort das game ich möchte mitspielen sonst werde ich dich bannen und dich hacken und deinen ganzen account verkaufen du startest jetzt das game neu gut so ich habe dir eine frage gestellt ich habe dir eine frage gestellt ich möchte mitspielen ich muss jetzt überprüfen wie alt du bist so wo ist dein wo ist dein ausweis ich bin von epic games guck mich an ich kann dich auch gleich bannen ich habe dir eine frage gestellt was ich kann aber dann ich kann aber den youtube packen ich werde den youtube gleich hacken wenn du mir jetzt wenn du mir jetzt nicht sofort dein sagst dass du gerne ein floppern legst you lucky lösche ich den ganzen youtube account sagt bitte dass du einfach gerne ein floppern löscht ich lösche gleich der ganze youtube account ja ich kann das ich kann das das ist keine frage ist eine aussage das kann ich ich kann nicht gerne löschen gibt mir jetzt moderator und wenn ich das nicht habe dann gehe ich zu meiner mama so jetzt reicht mir jetzt wird dein ganzer account gelöscht so dass du sie jetzt konsequenz ich hätte ich hätte ich hätte ich hätte ich und dann ist morgen ist der ganze account weg ich werde ich hätte ich hätte ich hätte ich hätte jetzt so ich werde jetzt okay okay was glaubst du war okay wir machen so ich gebe jetzt ich mache jetzt 50 direkt auf dein video ich möchte jetzt 50 direkt auf sein video dann wirst du mal sehen war auch dein auf deinen tüch hier auf dein auf dein scheiß team hier ach jetzt 50 dislikes drauf okay weil du so frech bist und danach war nicht dein ganzen account damit du mir glaubst so hier ja das du hast doch konsequenzen ich weiß deine telefonnummer von zu hause ja ich rufe da gleich ein bei deiner mutter na gleich so wie ja ich bin doch nicht reingekommen habe ich doch habe ich doch habe ich doch habe ich doch habe ich muss ja ein ding entziehen warte ich muss ja ich muss ja auch von normal ganz nicht reingekommen ja kann ich wo ja wo du musst mir kurz helfen kennst du den wie heißt er noch mal der hat gesagt dass er mich hacken will und dass er jetzt quasi 50 dislikes macht kannst du mir da helfen ich mach dich zum moderator musik ausmachen das geht nicht er labert nur ja guck mal der sagt ich habe die telefonnummer mama ich zeig dir das jetzt mal er macht nichts ja genau aber er ist mit unterschiedlichen accounts online und deswegen haben wir hier jetzt fünf likes und der hat gemacht der hat gesagt er macht 50 likes disliked ähm nochmal kurz warten er z sinnlos da weil ich glaube der kommt von dingens was ist da gerade los z sinnlos was ist da gerade los z sinnlos ähm ähm gehen zu einstellungen und auf sound und dann ähm sprachkanal ist hier nicht oh leon okay ist hier nicht leon leon einer hat gesagt er will den kanal hacken wer denn wer ich weiß nicht wie der heißt aber äh ach ganz oben äh ich rede digga als wenn ja der hat gesagt ähm macht doch jetzt äh und der ist mit verschiedenen accounts online ähm äh oder ähm z sinnlos ähm ähm sagt den einen hier mal der eine der grad mich hacken wollte sagt ihm mal dass er in meine lobby kommen soll wenn er keine angst hat ach ist das der der auch ähm ähm Kai gehackt hat Kai wie ja Kai ist ähm 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 andere account z sinnlos ist ja gehackt z sinnlos wird gehackt ja also ist ja ein gehackter account der ist ja vom Kai der account hör aus zu spamm du kannst den ähm moderator jetzt auch für eine Zeit ähm timeouten ja danke wer spammt die ganze Zeit denn ähm mein Meister guck mal auf unseren ähm auf meinen Kanal ich hab schon zwölf Abonnenten nice und ich hab heute neue aufgaben sind da also hier läuft das team noch ja läuft noch oh nice ähm ich hab keine zahnspange bekommen braucht nicht okay heute mal das darf ich gar nicht haben ich guck ich guck ich guck mal ja guck mal der sagt er macht 50 dislikes aber macht er gar nicht ja und kriegt nur einen hin ich hab ich hab bis jetzt alle deine videos so gut wie geliked okay ne nimm mal den ähm typen mod weg wen neun meister neun meister neun meister ich hab jetzt ganz viele mods hier wie viele mods was meinst du mit moderator kann ich bitte moderator du bist moderator er soll soll ich ähm mein meister den ähm dings wegnehmen ja ne wir sind das gefühlt so als großer streamer jetzt schon geil einfach so geil ja wenigstens kann ich auch ab und zu mal mitmachen jetzt okay ist kein mod mehr okay ähm ja guck mal der macht gar nichts mehr der sagt ja äh ich hecke dich ähm weißt du überhaupt was ein binärcode ist ich glaube nicht dafür braucht ihr nämlich ein binärcode ähm mach mal kurz ich lade kurz ähm z sinnlos ähm schreib mal kurz ähm ist das der hacker es sind schon 17 dislikes ja oha warum was denn das fürn okay jetzt läuten die glocken also was denn das für ein mensch meint ist das der z sinnlos der die ganze zeit disliked 18 18 18 18 dislikes hä wer disliked die ganze zeit das ist der andere der mit seinen äh 18 accounts können wir in einer oh scheiße irgendwie ähm ich muss youtube anschreiben die disliked die weg machen dass ähm keine disliked mehr da sind nur noch likes ähm ja warte ähm warte ähm warte mal kurz ähm 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 ja ich geh kurz zu z sinnlos dann komm ich ähm was hat's denn los hörst du mich? hörst du mich jetzt? ja ich hör dich ja was war da los? nein ja was ist denn was soll denn sein? ja der wollte mich hacken hast du gehört? warte warte was? was? ich werd gehackt gerade ich werd grad gehackt alter äh chat spam bei mir ist spam die ganze zeit mein chat voll hallo? wo? hallo? äh chat spam gerade total voll der chat nelio was ist denn los? der chat also bei mir wie kann ich jetzt wie kann ich youtube anschreiben wie kann ich youtube ach der schlingel ist das nelio 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 was denn das problem du hast gesagt dass du mich hackst nein das ist jetzt ein großer blank ich werd gehackt das hab ich nicht mal gesagt du hast es grad gehackt na was denn hier ja los du wer will hacken wie kann ich jetzt youtube anschreiben ich muss youtube anschreiben ich muss youtube anschreiben ich muss youtube anschreiben du gehst schnell in den youtube support am besten jetzt weil du hast nicht mehr viel zeit wo ist youtube support ah warum nicht mehr viel zeit was meinst du und dann suchst du äh den äh e-mail account welchen e-mail account welchen e-mail account du musst jetzt ganz schnell machen beeilung wo? 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 verarscht den gerade nein das muss er wirklich ganz schnell machen verarschen verarschen tut mir leid tut mir leid tut mir leid so aus nenne ich echt falsche leute ja echt frech was denn jetzt mit den 19 dislikes ich hab ein like gegeben ich hab 20 des live 20 des live hast du die gemacht? ich hab auch gedacht ich hab so die die glocke aktiv hast du denn jetzt die 20 des live nein was soll ich denn gemacht haben ich war hier noch nie drin ok wie mach ich jetzt den youtube support also du gehst einfach bei youtube ne gehst du da auf warte warte ich muss selber eben gucken hier du gehst auf youtube auf die drei punkte links äh drei striche die drei striche warte bist du am handy? ja ja ok warte dann geh ich kurz auf handy achso du bist auf dem handy? ja dann musst du auf Dingens hey warum denn? nee geh mal klick mal auf dein profilbild ja und warte äh und dann Hilfe und Feedback ähm Hilfe und Feedback ok support und dann steht da oben support ne und da unten kannst du dann Feedback geben ähm unten Feedback geben Screenshot ne kein Screenshot ne und da oben kannst du dann eingeben äh hier ist jetzt ein Screenshot ne ne der soll nicht darüber steht ja noch was also da kannst du ja sowas schreiben ok kann mich mal jemand die da bot oder warte oder warte warte äh warte ne das mal anders das Problem ne was denn das Problem ja ich werd grad gehackt du wirst grad gehackt mhm ja irgendeiner will ja die ganze Zeit nur Dislexs geben oder hat einer mit ganz vielen Accounts und will ihn jetzt gleich auch den Account nehmen der hat schon einen Kollegen von uns gehackt ich hab nen Kollegen von euch gehackt mhm ne das geht aber so nicht der hat den OG Account nämlich geclosed den OG Account 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 das weiß ich nicht aber ich denke mal irgendwelche anderen selten sind es auf jeden Fall oh no oh oh ich hab Angst ja nicht wie hoffentlich nicht wie bei Standards geht und so auf einmal Account und live stream irgendwelche drin und nachher komplett ein komischer Name und alles mögliche ey bei mir wurde halt auch schon bei mir hat auch irgendjemand ich hab halt nicht selber in den Chat reingespampt so dieses D ne das war ich halt nicht selber ja und bei mir meine Account hier wo ich jetzt drauf bin und der andere wurden auch schon mal gehackt da sind welche einfach drin einfach in meiner Switch und stellen da was um oder so wo gehen nach meiner Account und geben wie Bugs aus ok die geben dann einfach wie Bugs aus ja einfach mal ich hab wie Bugs aufgeladen gehe auf ich wollte ein bisschen nichts erwarten wie Bugs weg das geht ne 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 vielleicht musst du Scimax abonnieren dann geht das weg hm 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 ja hm